Wie soll ich es anders formulieren? Man ist manchmal einfach nicht sicher. Ob man draußen ist, ob man zu Hause ist, ob man eventuell einfach nur spazieren geht mit seinem Hund, man ist nicht sicher. Und genau das passt auch zu dem heutigen Video, denn wir schauen uns ein weiteres Video von Wissenswert an mit dem Titel Die grausamen letzten Minuten von Gloria S. Ich mache das Intro gerade im Nachhinein, ich habe mir das Video angeschaut und ich bin wirklich schockiert. Deswegen viel Spaß mit dem Video. Das Leben ist fragil und der Tod kann an Orten lauern, an denen man ihn nie erwarten würde. Die Story der US-Amerikanerin Gloria Surge beginnt an einem Tag, wie er friedlicher nicht sein könnte. Als die Rentnerin eines Morgens im Februar 2023 in ihrem Zimmer in der edlen Seniorenwohnanlage Spanish Lakes Fairways im Bundesstaat Florida aufwachte, schien die Sonne in ihr Fenster. Die 85-jährige Gloria, die mehrere Kinder und Enkelkinder hatte, nutzte gerne die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten, welche die Wohnanlage ihren Einwohnern bot. Boah, sah schon sehr, sehr schön aus, ich bin ehrlich. Aufgrund des strahlenden Sonnenscheins entschied sie sich an diesem Tag jedoch dazu, sich nicht mit Freundinnen zum Tennis oder Golf zu treffen, sondern erst einmal einen Spaziergang mit ihrem Hund Trooper zu machen. Der kleine Vierbeiner freute sich sehr, dass er endlich mal wieder etwas Auslauf bekam und nicht nur in den Vorgarten gelassen wurde. Und so machte Gloria sich zu einem kleinen Rundgang um den Teich auf, der sich direkt hinter der Seniorenanlage befand. Also ich bin ehrlich, das sieht schon sehr, sehr schön aus. Hier die ganzen Häuser, in der Mitte See, also zum Spazierengehen und so um sieben Uhr morgens ist schon, glaube ich, ganz cool. Sie konnte jedoch nicht ahnen, was ihr bei diesem kurzen Spaziergang in der als sicher geltenden Anlage passieren würde. Tatsächlich folgte der alten Frau und ihrem kleinen Welpen, während sie um den Teich spazierten, nämlich unbemerkt im Wasser versteckt, das Grauen. Ein Alligator in dem Teich, Digga? Bruder, wie das denn? Wer hat den denn da reingesteckt? Und zwar in Form eines riesigen Alligators, der ihn, wie Überwachungskameraaufnahmen später... Tschüss, Junge, was ist das für ein Tier? Ich bin ehrlich, ich habe extreme Angst vor Alligatoren oder allgemein vor solchen Dingern. Krokodil, egal was, ich habe da übertrieben Angst vor. Das war schon immer so ein Tier, auch als Kind, wovor ich Angst hatte. Ich habe mehr vor einem Alligator Angst, als vor einem Hai. ...offenbarten, mindestens seit 30 Metern hinterher schwamm, um im richtigen Moment zuzuschlagen. Dass sich solch eine Gefahr im Wasser befinden könnte... Oh nein, ich sehe es schon, komm, der Hund wurde gegessen oder reingezogen. Sie hat natürlich die Leine festgehalten, um den Hund zu retten, was man an der Stelle auch gar nicht mehr machen könnte, weil der ist schon weg, was weg ist, ist weg. Aber sie wurde bestimmt damit reingezogen. ...konnte die Rentnerin nicht wissen, denn tatsächlich gab es keinerlei Warnschilder und die Betreiber der Seniorenwohnanlage ermutigen ihre Bewohner sogar dazu, Zeit am Teich zu verbringen, indem sie dort extra Sitzbänke aufstellten. Schließlich kam es, wie es kommen musste. Plötzlich schoss der über drei Meter große Alligator aus dem Teich und schnappte nach dem kleinen... Oh nein, seht ihr das? Hier unten führte. Vor Schreck stürzte die Rentnerin sofort zu Boden. Oh mein Gott! Digga, das ist ganz anders gekommen. Ich habe es mir gar nicht so vorgestellt. Ich dachte, der beißt wirklich direkt in den Hund. Hund wird reingezogen, sie hält die Leine noch fest, weil sie sich denkt, nein, ich will den nicht loslassen. Hund ist eigentlich schon tot, aber sie wird mit reingezogen, indem sie die Leine festhält. Aber dass er schon direkt... Oh mein Gott, weil er kriegt Gänsehaut. Allein, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich da stehe mit meiner kurzen Hose oder wenn ich diesen Atem gerade spüre von diesem Krokodil, ne? Und sie hatte keine Chance, sich gegen das riesige Raubtier zu wehren. Auch Trooper konnte nur panisch bellend dabei zusehen, wie sein Frauchen unter Wasser gezogen wurde. Obwohl eine Nachbarin die Situation beobachtete und sofort den Notruf fehlte, kam für Gloria Surge jede Hilfe zu spät. Broder, was ist das für ein Tod? Ich bitte dich. Ich bitte dich. Ein Alligator hat eine Frau. Es ist ein enormer Tod. Es ist enorm. Besonders heftig wird dieser tragische Todesfall dadurch, dass die Betreiber der Wohnanlage schon lange vom Alligator im Teich wussten und ihm sogar einen Spitznamen gaben und ihn regelmäßig fütterten. Neben der tragischen Geschichte von Gloria Surge gibt es aber natürlich auch noch unzählige andere Beispiele, die verdeutlichen, dass man immer mit größter Vorsicht durchs Leben gehen sollte, weil der Tod schnell und unvermittelt kommt. Aber ich bitte dich, wer rechnet damit? Digga, du wohnst in einer richtig schönen Gegend, du hast einen Teich, du hast Sitzbänke, du gehst da spazieren direkt am Wasser. Und wer rechnet damit, dass da ein Alligator im Teich ist? Also eigentlich muss ich sagen, mir wäre es aufgefallen, weil ich bin so ein Typ, meine Augen sind überall auch hinten, ne? Also wenn ich jetzt irgendwas in meinem Augenwinkel sehe, ob es eine Maus ist, ich sehe das sofort. Ich glaube, einen Alligator hätte ich auch sofort erkannt. Aber wenn man so drüber nachdenkt, diese Entscheidung zu treffen, ich gehe jetzt spazieren mit meinem Hund und noch schlimmer, ich gehe direkt am Wassergassi, das hat einfach ihr Leben gekostet, ne? Wenn man so überlegt, war schon sehr, sehr hart. Daher wollen wir euch nun noch drei weitere unglaubliche, aber wahre Storys von Menschen zeigen, die ein grausames Schicksal ereilte. Den Anfang macht dabei die tragische Geschichte von Adam Johnson. Der 29-jährige US-Amerikaner war ein erfolgreicher Eishockey-Spieler, der schon seit vielen Jahren seinen Lebensunterhalt mit dem Sport bestritt, als er am 28. Oktober 2023 für die Nottingham Panthers gegen die Sheffield Steelers antrat. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits fast 300 Spieler als Profi hinter sich und kannte sich mit den Risiken beim Eishockey daher bestens aus. Allerdings sollte ihm dieser Umstand an jenem verhängnisvollen Tag nichts bringen. Was ihm auf dem Spielfeld passierte, gab es nämlich in der Geschichte des Eishockeys noch nie. Als sich der 29-Jährige gerade einen Zweikampf mit einem Gegner auf dem Eis lieferte, bekam er den Schlittschuh des anderen Spielers gegen den Hals. Ausgerechnet dorthin, wo er nicht durch seine Schutzausrüstung geschützt war. Die messerscharfe Kufe ging durch seine Haut wie durch Butter und obwohl Adam Johnson danach noch aufstehen konnte, kollabierte er direkt wieder. Natürlich wurde das Spiel sofort abgebrochen und der Blick aufs Spielfeld wurde verhüllt, damit die Zuschauer nicht sehen mussten, was sich dort abspielte. Boah, hart, sehr, sehr hart. Und deswegen hat meine Mutter immer gesagt, Sport ist Mord. Und jetzt verstehe ich sie einerseits. Ja, das ist der Punkt, du sagst es schon ganz richtig. Leute haben das live gesehen. Wir schauen uns das jetzt gerade an, stellen uns das ein bisschen vor, aber die Leute, die da im Stadion saßen und sich das wirklich angeschaut haben, die haben das live gesehen. Das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Also wirklich, ich glaube, das ist ein Schock fürs Leben. Adam Johnson wurde umgehend ärztlich versorgt, doch leider kam jede Hilfe zu spät für ihn. Und so verstarb der Eishockey-Spieler nur wenige Stunden später im Krankenhaus. Digga, das ist krank. Guck mal, überleg mal, der Typ war noch voll jung. So, der hat sein Geld verdient mit einer Sache, die ihm übertrieben Spaß macht, was vielleicht davor ein Hobby war. Und kein Mensch hat damit gerechnet, dass durch einen Zweikampf, dass der Typ einfach stirbt. Glory Pethorsen hätte niemals damit rechnen können, was ihr passieren sollte, als sie eines Tages mit ihren Freundinnen feiern ging. Die junge Frau kam gerade aus einer gescheiterten Beziehung und ließ es an diesem Abend daher schick gestylt in einem Club krachen, um die Beziehung zu vergessen. Dabei trug sie hohe High Heels, die zwar schick aussehen, aber äußerst unbequem waren. Als ihre Füße am Ende der Partynacht wegen der High Heels zu sehr schmerzten, zog sie diese einfach auf der Straße aus und ging barfuß weiter. Als sie und ihre Freundinnen eine Straße überqueren wollten, trat Laurie mit ihren nackten Füßen dann in eine kleine Pfütze neben einer Straßenlaterne. Zu ihrem Unglück war die Laterne defekt und Kabel, durch die mehrere tausend Volt Spannung flossen, hingen aus der Laterne in das Wasser der Pfütze. Oh, das sind so Tode, die kann sich keiner vorstellen. Wenn mir das jemand erzählen würde, ich würde es gar nicht glauben. ...haut, eine zehnmal höhere Leitfähigkeit als trockene Haut hat, begab sich die Amerikanerin so völlig nichtsahnd in Todesgefahr. Als Laurie dann auch noch das Metall der Laterne anfasste, um sich abzustützen, schloss sie den Stromkreislauf. Der Strom schoss durch ihren Körper und Laurie fiel sofort zu Boden und ihr Herz stoppte. Zum Schluss kommen wir nun noch... Bruder, überleg mal. Das kann sich doch kein Mensch vorstellen. Du läufst ganz normal von der Party nach Hause. Eigentlich, wenn man so überlegt, ist man nirgendwo mehr sicher, ne? Also vom Ding her, ich schwöre, es kann einfach wirklich alles passieren. Es gibt Leute, die gehen irgendwo lang. Das fällt mir jetzt gerade ein wegen dem Felsen. Und da fällt irgendein Felsen auf die Menschen rauf. So, oder bei einem Umzug fällt sofort eine Person. Es kann alles passieren, theoretisch. Deswegen an der Stelle, Chet, nur noch zu Hause bleiben. Zu der Taiwanesin Ji Ji Wu, die bei einer Tätigkeit verstarb, die für sie völlig alltäglich war. Auch wenn sie für andere riskant erscheinen mag. Aber der Reihe nach. Die 36-Jährige war eine passionierte Bergsteigerin, die eine große Fangemeinde in den sozialen Netzwerken hatte. Und zwar vor allem, weil sie sich häufig im Bikini auf Berggipfeln fotografierte. Die Bikini-Bergsteigerin, wie sie von der Presse daher genannt wurde, verfügte über jahrelange Erfahrung und ging meist alleine Bergsteigen. Da man dies ja eigentlich nicht tun sollte, war Ji Ji Wu bei ihren Touren besonders vorsichtig. Und natürlich war sie auch mit jeglich erdenklicher Notfallausrüstung gewappnet, falls ihr doch einmal etwas passieren sollte. Als die Taiwanesin im Januar 2019 einen über 3000 Meter hohen Berg im Yushan-Nationalpark in ihrem Heimatland bestieg, wurde jedoch das Wetter schlagartig schlechter, als sie sich schon auf mehr als 2400 Metern Höhe befand. Durch die damit verbundene schlechte Sicht machte Ji Ji Wu irgendwann einen einzigen falschen Schritt und stürzte dadurch eine 30 Meter hohe Klippe herunter. Falls ihr nun aber denkt, dass dieser unfassbar tiefe Sturz die passionierte Bergsteigerin das Leben kostete, liegt ihr daneben. Denn tatsächlich überlebte die 36-Jährige ihn wie durch ein Wunder. Außerdem gelang es ihr sogar noch, über das Satellitentelefon aus ihrer Notfallausrüstung einen Freund anzurufen, damit dieser Hilfe schicken konnte. Durch das schlechte Wetter war es für die Bergretter allerdings zu riskant, sofort auszurücken. Daher mussten die Rettungskräfte warten und konnten sich schließlich erst nach zwei Tagen zum Aufenthaltspunkt von Ji Ji Wu oder nach zwei Tagen, das Ding ist doch durch dann, aufmachen, die ihren Sturz so glücklich überlebt hatte. Als sie bei ihr ankam, war die Bergsteigerin allerdings traurigerweise, bereits den Temperaturen zum Opfer gefallen und erfroren. Spätere Untersuchungen ergaben, dass sie noch mindestens 28 Stunden alleine im eiskalten Regen auf dem Boden gelegen hatte, bis ihr Körper letztlich aufgab. Wie all diese Fälle zeigen, Auch jetzt nochmal zur letzten Person. Das ist ja vom Ding her auch wieder so ein Hobby. Also jeder hat so ein unterschiedliches Hobby. Ich würde sagen, meins wäre es nicht, allein aus Höhenangst. Sie hat es anscheinend geliebt. Kein Mensch hat damit gerechnet, dass aus dem Nichts das Wetter auf einmal schlecht wird. Plus nach zwei Tagen kommt Hilfe. Oder nach zwei Tagen, das ist ja so gut wie klar, dass man der da nicht mehr helfen kann. Allein wegen den Temperaturen, wegen Essen, dies, das. Wobei Essen würde man wahrscheinlich noch aushalten, aber so diese Temperaturen waren einfach dann zu extrem, zu kalt. Die haben sie dann quasi umgebracht. Also das, was mich, glaube ich, am meisten schockiert hat, war das mit dem Alligator. Ich habe Angst vor diesen Tieren und ich denke, da bin ich nicht alleine. Ich glaube, viele haben einfach vor solchen Tieren Angst. Und wenn du dann am Teich spazieren gehst und so ein Tier dann auf dich zukommt und dich ins Wasser zieht, ne? Ich will nicht wissen, diese letzten Minuten für sie, wie schlimm das war. Deswegen, wenn ich einen Teich sehe, okay, in Deutschland ist... Wobei, man weiß nie, am Ende kommt aus Deutsch, hier, Deutsch, Teich, Digga, ist irgendein Hai oder so.